So, also Steel Wheel. Jetzt sind wir nämlich im wilden Westen. Ich halte das jetzt noch mal kurz in die Kamera, weil ich finde das ganz gut. Also hier steht dann sozusagen, was alles Sache ist, was man da macht. Ich lese das jetzt aber nicht vor. Das haben wir beim ersten Mal gemacht. Das kannst du, wenn ich gleich hier zehn Stunden spiele und du nach zwei Minuten mal sagst, dann guckst du mal ins Sandbuch, genau. Legs mal dahin. Legs mal in Reichweite, das ist nicht wieder so über dich herfallen musst du darüber. Ja, genau. Daran lag. Ah, ja. Jetzt bist du ja erst auch schon die Pferde kaloppieren. Oh, das ist auch mit diesen Bahnen da drumrum. Das schreit nach Hagen wird überfordert. Jawohl. So. Dann wollen wir doch mal. Genau. Wir hören nämlich die Eisenbahn schnaufen und jetzt geht's los. Da oben kannst du auch was drücken? Ja, das ist, äh, mit den Flippern kannst du die... Ah, eine Million. Ein Hoch auf diesen Bumper dort. Na, jetzt zu spät. Hat er jetzt schon drei, vier Mal das Leben gerettet? Was muss man da machen? Ja, so dass halt alle drei Pfeile da leuchten. Achso, und solange der da oben drin ist, kannst du die Trumpel rumdrücken oder was? Ja, immer wenn du flipperst, dann verändert sich das hier. Mal schauen. Ah. Wissen Sie, wenn ich flippere, dann bewegt sich das. Ah. Oh, und? Eine Million. Ja. Aber, äh, für den ersten ging doch jetzt, oder? Ja, der war, der ist ja übel aus. Ich glaub, da lädt er mich jetzt weg. Genau, da musst du, wenn er droht, da irgendwie hoch zu gehen, gucken, dass da die Lampe noch nicht leuchtet, damit das ihr dann alle zum Leuchten bringst. Du kannst in so einem Moment, also wenn er eh quasi schon draußen ist, kannst du noch versuchen, den Flipper hochzunehmen und gegen den Tisch zu schubsen, mit der Space-Taste. Tilt. Das ist die Gefahr, die davon ausgeht. Nur wenn der Ball eh schon weg ist, ist dann auch egal. Aber das war jetzt echt so ein ganz klassischer Fall von, manchmal läuft es einfach nicht. Genau, dann passiert nämlich das. So, die Rampe. Das ist wieder Unterschied der Dennis-Besuch zu ziehen. Blöd. Na, es ist nicht einfach. Also, wer sagt, das ist einfach, der hat schon übt. Das muss man einfach sagen. Und da ist die Million-Bonus. Ja, also finde ich sehr, ah, Jackpot ist angewachsen. Ähm, also ich finde, äh, sehr coole Musik und auch die Sound-Effekte sind sehr cool. Ich habe nicht genug Power. Ja, aber du siehst es hier bei den Lampen, was da blinkt, was alles noch möglich wäre. Ja, wobei mich überfordert das ja schon. Also die, ich bin bei den verschiedenen... Ja, vor allen Dingen, da wo der Ball, also ich mag das ja lieber, wenn der Tisch so sagt, ähm, hier kann der Ball lang kommen und das ist gut so. Ich mag das nicht, wenn die so rechts-links fliegen und oben raus und unten dann, wenn sie rausgeschossen und habe ich noch einen Ball, ja. Und, und irgendwie sowas, dann, ich bin da ja leicht überfordert zu sehen, wo der Ball dann hingeht. Ja, da muss man, da muss man halt üben. Ich glaube, wir üben das jetzt gerade nochmal den Tisch. Der war überhaupt nichts. Wobei, du hast mich ziemlich weggedrückt. Ja, du hast aber auch zwei Millionen. Ja, aber das war der eine Jackpot, den ich gemacht habe. Der war, glaube ich, zwei Millionen. Ja, dann. Machen wir mal jetzt nochmal. Tja. Und los. Jetzt versuch mal irgendwas Cooles, Dennis. Äh, okay. Ja, sowas meinte ich, ja. Ja, nur das ging mir jetzt zu schnell. Komm, komm, komm. So was mag ich ja nicht, wenn die sich da aufschöpfen, weil dann fliegt es auch mal ganz außen rum. Also nach links oder rechts in die Außenbahn. Was man machen kann, ist halt eben, um das erstmal so zu stabilisieren und dann im richtigen Moment. Uh, der war gut. Sehr gut, komm, nochmal. Nee, nee, der geht nochmal hoch. Jawohl. Nein. Komm schon, komm schon. Du spiegst jetzt aber Risiko, Dennis. Ich will mir jetzt dabei. Ja, falsche. Ich habe halt recht zurück. Schade. Aber zweimal Punkt, dass ich gekriegt habe. Ja. Sehr gut. Echt gut. Komm mal, 1,1 Millionen. Ja. Saugut. Ja, ja. Go, go. Jetzt drücken. Du bist schon bei einer Million da rechts, oder? Ne, das ist immer so. Zu schwach. Finde ich eine sehr groovy Musik. Du musst den hoch machen, sonst kann er ja nicht durch. Einfach wild auf das Beste aus der Himmel. Einfach wild, die Tastatur zu Clubbau hilft im Zweifelsfall immer. Zumindest meinem emotionalen Wohlbefinden. Na komm. A, gib mir ein A, 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 A. A, die hast du schon. Ne, ist viel noch. Im. Mach mal ein S. Gib mir ein S, gib mir ein Tee. Lass mal daneben. Gib mir ein M. Jawohl. Hier kommt rausgeschossen. So, half a male wagon. Ich hab noch gesagt, hier kommt rausgeschossen. Das war mir letztes Mal auch so blöd. Da muss mir einen richtigen Moment. Der war echt gut. Der war echt gut, der Lauf Dennis. Es sind immer halt die Details, die Details. Einmal von hinten. Durch die Brust. So langsam. Wieso? Ich hab doch den einen geklickt. Ja, aber du hättest, wenn du rechtzeitig geklickt hättest, hättest du gleich den dritten auch noch kriegen können. Ja, das ist es. Ich mach mal. Überfordere mich nicht dein Spiel hier mal. Mach mal den Tisch richtig fett jetzt. So, jetzt machen wir mal. 3,4 Millionen. Komm, dann muss ja was werden hier. Wir haben noch nie einmal einen extra Ball gehabt. Ja, das ist schon enttäuschend. Ja. Nein, Dennis. Keine Fremdwörter. Fantastisch. Wuhu. Nein. Oh, der war gut. Das war genau das, was ich meinte. Ja, ja, Dennis. Aber das überfordert mich auch zwei Tasten. Auf einmal drücken. Geht nicht. Das kann aber auch schief gehen. Also, das war jetzt Glück. Das war jetzt der Jackpot schon zweimal angewachsen. Jetzt müsste ich ihn auch noch mal kriegen. Wie lösen wir ihn denn aus? Du wolltest doch in der Anleitung gucken. Jetzt sterb bitte nicht, bevor ich ihn hier sehe. Ah! Was? Das fasst du beim Schokoladen essen mit den Würfeln. Weißt du? Dieses Kinderspiel mit den Handschuhen, wo die Schokolade schneiden musste. Immer wenn jemand eine 6-Würfel musste, alles ausziehen hinlegen. Ich habe jetzt gerade so aufgeschlagen, wo der Tisch ist. Ja, dann mach du doch mal. Wenn ich gucke, wie das mit dem Jackpot geht. Obere Ballfalle. Sehr gut, Hagen. Linke Rampe Ticket-Wert einholen. Mittlere Rampe Train-Wert einholen. Ah, kommt. Ja. Ja. Wollen wir den nächsten machen? Wir machen mal den nächsten. Der war mir so verspielt. Ja. Also, wie ich finde... Das ist aber auch schön gemacht, auch mit der Eisenbahn und so. Genau. Ein Salon. Also, wie ich finde, wirklich sehr schön gemacht, der Tisch. Mhm. Aber dann gehen wir mal auf. Ja. Wir sind halt zwei Tischhelden hier. Eindeutig. Ja, genau. Ja, sieht man sofort. Gut. Was auch immer das macht. Ist egal, es gibt Punkte. Ich bin immer noch nicht so vermessen, mir darüber Gedanken zu machen, was hier viele Punkte gibt. Oder was was macht. Ich bin immer noch für... Nicht sterben. Also nicht das. Nicht das. Aber es ist schon mal jetzt... Das ist schon. Du hast schon mal einen ganz schön vorgelegt. Ja. Ja. Ja.